Andrea Lamfranki, die Forderung, schwierige SchülerInnen in separativen Kleinklassen zu fördern, hört man alle paar Jahre wieder aus verschiedenen Kantonen von unterschiedlichen Akteursgruppen. Wie lässt sich das einordnen? Also sie kommt immer stärker und der Druck wird immer grösser und ich bin sehr besorgt. Die Einordnung ist relativ einfach. Es geht um Entlastung von Schulen, die an ihre Grenzen stossen. Und wenn du einige schwierige Kinder oder unbegabte Kinder, Kinder mit Leistungsproblemen, wenn du die herausnimmst, dann hast du ein paar weniger Belastungen. Nur frage ich mich, wie viele Kinder muss man herausnehmen aus einer Klasse, damit es keine auffälligen Kinder mehr gibt. Wenn du von jeder Klasse 1 herausnimmst und die dann in einer Klasse zusammentust mit zehn Kindern, dann hat eine andere Lehrperson oder ein anderer Lehrer ein Problem. Diese Konzentration von schwierigen Kindern, das ist kaum zu bewältigen. Also da muss niemand mehr kommen und mir sagen, dass diese Klasse funktioniert. Wir haben erfahren, das wissen die jungen Lehrerinnen heute nicht. Wir haben mehrere Jahre erfahren, wie schwierig das ist. Wir haben uns anders entschieden. Trotzdem gibt es ja Kinder mit ihrem familiären Hintergrund, die die Schule an ihre Grenzen bringt. Was sind das für Schülergruppen mit diesen Problemen? Also es ist eine Tatsache und das kennen wir seit vielen Jahren, dass wir sehr viele Familien mit Stresssituationen haben. Wir nehmen an, dass diese Belastungen zunehmen. Es gibt immer mehr Leute, die immer mehr haben und immer mehr Leute, die immer weniger haben. Die soziale Ungleichheit nimmt zu. Dieser Stress wälzt sich direkt ab auf die Schule. Und ich verstehe diese Lehrpersonen, die nach Hilfe rufen. Und sie müssen wir unterstützen, weil alleine schaffen sie das nicht. Kann man sagen, die Schule, wie sie heute organisiert ist, passt nicht mehr auf eine Gruppe von Kindern? Doch, sie passt, wenn wir sie anders gestalten. Wie müsste das aussehen? Das Zauberwort ist ein bisschen abstrakt, aber es ist Schulentwicklung. Eine funktionierende Schulleitung, gut qualifizierte Lehrpersonen, gute Unterstützungssysteme, schulpsychologische Erdienung, schulsozialarbeit, auch schulische Heilpädagogik, auch Logopädie und Psychomotorik. Und dann multiprofessionelle Kooperation. Das läuft ja schon in den Schulen. Wieso funktioniert es trotzdem nicht? Weil die Familien nicht eingebunden sind. Was heisst das genau? Wir haben zunehmend Eltern, die nicht mehr mit der Schule, mit den Lehrern in Kontakt sind. Gerade diese Familien, die wenig präsent sind, die keine Unterstützung sind im Lernen ihrer Kinder. Diese Eltern müssen entweder instruiert werden oder eingebunden werden. Oder es gibt in der Schule Strukturen, die die Eltern sozusagen ersetzen. Wie zum Beispiel eine Tagesschule mit einer Tagesstruktur. Aber das tönt jetzt so, wie wenn Tagesschulen das Problem lösen würden. Aber wenn man in die Schulen reinschaut, dann hört man von Kindern mit massiven Bindungs- und Beziehungsstörungen, mit impulsiven Störungen, aggressiv, provokativen Kindern. Worum geht es da? Konkret zum Beispiel eine Schulpsychologin organisiert eine gute Unterstützung, vielleicht auch eine Psychotherapie. Wenn wir da von Kindern reden mit psychischen Problemen, ist es vielleicht auch in einzelnen Fällen eine besondere Lösung notwendig. Ich denke vor allem an die Mehrheit der Kinder. Die kann man im Regelunterricht schulen, wenn die Lehrerinnen und Lehrer unterstützt werden in ihrer schwierigen Arbeit. Heisst das zusammengefasst, der Ruf nach separativen Kleinklassen von Seiten Schulen, von Seiten Politik, ist nachzuvollziehen aus Gründen der Belastung. Aber die Antwort für dieses Problem als Kleinklasse greift zu kurz. Genau so. Wer in Erinnerung hat, wie diese Kleinklasse waren vor 20, 30 Jahren, das war der Grund, warum das Volk oder der Souverän oder die Gesetzgebung sich entschieden hat, Integration zu machen. Wer in Erinnerung hat, wie das war, da verstehe ich diese konservative Kreise nicht, die zurückgehen wollen auf diese Zeit. Ich will nicht zurück. Ja, ich will nicht zurück. Vielen Dank.